Überraschend ist Präsidentin Gattin Melania Trump in Texas im Grenzgebiet zu Mexiko aufgetaucht und besuchte ein Heim, wo Einwandererkinder ohne ihre Eltern untergebracht sind. Nur einen Tag, nachdem ihr Mann nach massivem Gegenwind in der Frage der Trennung von Einwandererfamilien zurückrudern musste, lobte sie ausdrücklich die Arbeit der Beschäftigten. Lassen Sie mich Ihnen Anerkennung aussprechen für alles, was Sie hier jeden Tag tun, für Ihre heroische Arbeit und was Sie für diese Kinder tun. Danke. Wir alle wissen, dass Sie hier ohne Ihre Familien sind. Allerdings irritierte die First Lady alle Welt, nämlich ob Melania nicht eine zweite Botschaft habe. Auf dem Rücken ihrer Jacke stand zu lesen, ist mir egal. Und dir? Donald Trump bezog dies auf Fake News über seine Frau, während Trumps Gegner hoffen, ihr Mann sei der Adressat. Trumps Anhänger fürchten ebenfalls, er sei damit gemeint.